Der Islam wird siegen. Mit dir oder ohne dich. Lieber Bruder oder liebe Schwester, wir brauchen nicht zu schleimen. Nein, das brauchen wir wirklich nicht. Denn der Islam wird sowieso siegen. Ob du jetzt im Islam bleibst, ob du schleimst oder nicht, der Islam wird siegen. Glaub mir bei Allah, der Islam wird siegen. Denn das ist ein festes Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein und mein Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tages werden wir siegreich sein. Und ich meine nicht damit, dass wir die Köpfe anderer Menschen abtrennen. Ich meine damit, dass die Religion Allahs, der Islam, die einzig wahre und einzige Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala, siegen wird. Aber natürlich auch in anderen Situationen wird der Islam siegen. Es liegt wirklich an dir. Entweder du bist ein Muslim und du wirst inshallah zu den Siegern gehören. Oder du sagst, nein, ich möchte nicht. Und du wirst auf jeden Fall zu den Verlierern gehören. Also bleib stark, denn der Islam wird siegen. Mit dir oder ohne dich. Salam alaikum.